Moin 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 Leute Herzlich Willkommen wieder bei Baudelette 2 Ich wollte mit meinen Freunden kurz mit meinen Freunden aufnehmen dass die aber die wollen LOL spielen aber die wollen die nicht mich hören wie ich laber so was haben wir da und ja für eure Info tut mir leid dass die Videos kommen zu spät weil erstens wegen meiner Arbeit wollte ich habe versucht zu schaffen aber letztens haben so viel zu tun dass ich musste über stunden über stunden über stunden machen da ich konnte nicht wieder rauskommen zweitens ich mache jetzt wird in letzter Zeit werde ich so mache ich kalt auf Tüte einmal arg und so weiter das fällt im Moment hat aus er legt mich am Arsch jetzt wollen sie von mir die vorher wollen sie meinen Kollegen nichts sagen jetzt wake up und hier ist egal und ja ich werde livestreamen diese Baudelette XQ ich weiß nicht wie die heißt nächste vor der nächste teil von Baudelette 2 irgendwie heiße exekulierter oder sowas ich weiß nicht mehr das ist der let's play mit meinem Vater nicht wütend sein wenn die folgen kommen amtisch spät ich versuche jetzt täglich machen eine folge das kommt bekommt ihr ein video pro tag aber vielleicht ab nächster oder übernächster versuche doppelt folgen machen weil dann komme ich auf den stand langsam derzeit habe ich ein bisschen mehr zeit dann kann ich vor produzieren und da muss ich nicht auf die schluss machen aber wenn ich würde nicht komisch nach irgendwas ist reingekommen oder ich hatte keinen bock aber letztlich dann fische mir auf nächsten tag und plippa po da wird täglich ein tag ich werde versuche täglich ein video raus machen wenn kommt doppelt mache ich nur arg dabei also diesen monat glaube ich fehlt noch COD ja und ja weniger laber wir empfehle ich sofort ja jetzt habe ich noch weil ich habe immer auf die zwei monitoren und ja ich laber eben auf die zwei monitoren und ja ich laber eben auf die der zweite monitor aber die manchmal wenn ich starte in meinem computer die er ladet überhaupt nicht also dann bin ich fertig mit den quest fertig so machen wir weiter so der zweite teil finde ich folgt irgendwie geiler aber mir nervt ein bisschen erst mal gibt es neue waffen jetzt fliegen die auf mich nicht alter schweiler letzte oder über letzte folge habe ich auf was ein anderes soll angefangen das wird ein bisschen problematisch muss ich lesen was ich starte für welche mission so wenn ihr wohl noch was wissen was ich den sorgen wieso keine sorgen so haben wir letzte vorleger diese einzelnen gerät und diese kultur kulties oder so was ich heißen ja die schweiler eine spielrolle ab level 30 dann haben kann ich schrecken ich habe nie bin ich bin hier so stark jetzt noch haben wir eine und da haben wir schon so weit so kurz ging da hat rein und ich habe immer schon weil irgendwie gefällt mir nicht mehr das mehr welche war ein das war auch ich habe immer so leute aber irgendwie mag ich ein weil so geil finde ich also das habe ich nicht das habe ich auch nicht so kurze ablenkung war wir haben wir noch also was gefällt mir in diesem nächsten teil von bodaland 2 ist da das ist diese sozusagen erredium ich weiß nicht wie dieses spiel in dieses spiel scheiß diese weil dieser nächste teil ist diese grüne dings punkt sowie erreden sind da könnt ihr schneller finden als in 2 ja das finde ich schon geil weil hier muss ich unbedingt suchen mit glück rechnen oder der kommt vielleicht der kommt vielleicht nicht so schuldig habe ich das habe ich ja das war ja und was noch wollte ich noch sagen zu diesem nächsten teil also das nehme ich schon naja ich war lange nicht schon wie viel habe ich noch 9 ok dann kann ja ja die andere waffen dann gehen wir schon so diese mission ja ich bin kein richtiger kämpfer ich habe ich bin 12 und ich habe übertrieben hatte ich habe 21 schon platz ich glaube ich habe ich schon 30 und hier habe ich ja 18 also doppelte sage ich so weil da habe ich schon auf meine nächste kostet 50 bei mir weil das übertrieben schnell zu finden ohne ok die wohnen die wohnen die kurs haben sie ja wie ich weiß ich habe letztens gestartet so ein projekt ich ich weiß aber dir muss nur glück haben weil ich mache ein leichter und letzt blick gleichzeitig das glaube ich keine youtube hat noch gemacht ich finde viel geiler weil irgendwas wie mir fehlt mir nicht also ein für thema so weiter wenn mir irgendwelche zuschauer schreiben schweiz ich brauche auch doch zuschauer schreiben das und das dann kann ich beantworten ja beantworten ja das kann ich finde ich viel besser und außerdem irgendwie machen wir die let's streaming mehr spaß und irgendwie spaß und motivieren nicht so weitermachen weil ich sehe der zuschauer schau mich und nicht ich warte auf abonnenten und wenn ich bekomme ich dann mache ich so langsam habe ich keinen bock weil niemand bekomme ich aber das zu mir bekomme ich habe ich motivation gefunden ich mag es irgendwie ja schon du solltet verbrennen brenn ja jetzt schon so oh danke danke krecher 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 Schöp, rählte mich! Jawohl! Alter! Die fucking Flicken nerven mir nicht! Finde diese Ecos, Killer! Wenn Hyperion herausfinde, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven! Okay, ich weiß nicht, was das New Haven ist, weil eins habe ich nicht geschockt. Ja, genau, okay, glaube ich schon. Also, so wird es klingen... Sehr schlimm! Fucking Flicken! Ja klar, gemütlich! Wie, weiter gemütlich! Ich bin die Scheidgemütlich! Vielleicht... Ah ja, da ist ein Gegner! Komm schon, ich kann ihm ein Scheidshot haben! Oh, nice, nice, nice! Alter, der lebt noch! Was für ein Glückbild! Nicht mehr! Nicht! Oh, nice! Kommt der nächste, oder? Irgendwo! Sollte! Äh, was ich will noch bei meinen Typi... Noch reinmachen! Ah ja, hier habe ich! Das habe ich toll! Wenn ich lade, regeneriert mir um 8% mein Leben! Komm, mach mir das auch! Finde ich geiler! Okay, das haben wir schon! Aber ich glaube... Weil in diesem nächsten Teil finde ich noch geiler, dass... Ich werde euch gar nicht von der Geschichte erzählen, aber ich weiß nicht, was mein Feedback ist! Wegen diesen 2 Teil, weil ich habe gespielt! Und wichtig ist eher, dass ich auch Feedback zu den anderen Spielen mache, meine Meinung! Was konnte gut, was negativ war, sage ich auch! Und glaube ich, das, was ich mache, vom Feedback, den mache ich selten nicht... Ich glaube, das macht keinen YouTuber! Wie selten habe ich gesehen! So Feedback-Spiele! So zu machen und dann Feedback zu machen! Das finde ich geil, weil... Meistens, wenn meine Let's-Piele ich schaue, oh, gut, gut, gut! Und... Ach du Scheiße! Du fucking... Ja, jetzt bist du tot! Ach der, gib mir Pisssch... Ah, du hast Schild! Boah, ich hasse es! Geht nicht schneller! Das war meine letzte Chance! Okay, du bist tot! Finde ich geil, weil... Zu Light-Stoomen finde ich, wenn mein Vater in der Nähe ist... Zuhause nur meine Mutter, weil... Sonst habe ich mehr Internet... Oh! Denkt er, wie mehr Internet? Weil, wenn ich... Schuhe schaue... Oh! 20% nehme ich das an! Das mag ich mir auch mehr schaden! Wenn mein Papa ist da, und er spielt auch Online-Spiele, und ich, wenn ich spiele, dann haben wir... Die Verbindung ist ein bisschen schwieriger! Das zieht ziemlich viel ab! Deswegen... Mag ich lieber so, wenn mein Papa jetzt nicht zuhause... Anarchist! Okay, ich bin... Anarchist oder sowas wie... Achso... Jetzt weiß ich, wo muss ich... Geht's ja mal? Nein, nein... Jetzt gehen wir weiter... Wie ist das? Achso! Auf andern Seite das ist... So! Und jetzt werde ich kluftet... Bei... KALOLE! KOM, 16 Level! Wird nicht so schlimm sein! Wow! Alter! Ich will mich verarschen... So! Na